Ihr möchtet etwas Leckeres aus euren Lievito-Matre-Resten machen, dann habe ich hier ein richtig gutes Rezept. Mehl, Zucker und ein bisschen Sirup hier in die Küchenmaschine geben. Das genaue Rezept findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Es kommt aber auch nochmal zum Schluss, dann könnt ihr euch davon einen Screenshot machen. So, ich bin jetzt hier auch fast fertig mit dem Sirup und gebe nun ein bisschen Quark hinzu. Ich habe später das Rezept nochmal angepasst und die Menge verdoppelt, weil die dann einfach besser werden. Dazu noch die selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser. Wie das geht, erfahrt ihr oben rechts unter dem i, aber auch welche Alternativen ihr nutzen könnt. Und nun die Reste von meiner Lievito-Matre. Am Schluss verlinke ich euch nochmal eine Playlist dazu. Da seht ihr nochmal, falls ihr es noch nicht habt, wie einfach ihr die zu Hause selber machen könnt. Und das war es schon an Zutaten. Zack, ab in die Küchenmaschine. Einmal ordentlich hier durchkneten. Und schon seid ihr den leckeren Quarkbrötchen, die es heute hier gibt, ein wenig näher. Ihr seht, hier auf meinem Kanal kriegt ihr immer leckere und einfache Rezepte an die Hand. Deswegen, wenn ihr mehr davon haben wollt, dann gebt mir einen Daumen hoch und abonniert kostenfrei meinen Kanal. Dann kriegt ihr immer mal wieder köstliche Rezepte und viele Informationen hier bei mir. So, der Teig ist jetzt bald fertig. Ihr könnt sowohl Dinkel als auch Weizmehl nehmen. Und dann fiel mir ein, ich habe noch das Wasser vergessen. Das darf im Eifer des Gefechts passieren. Einfach noch hinzufügen. Und ich hatte mich schon gewundert, warum sich kein richtiger Teig bildet. Das ändert sich aber jetzt. So sieht das Ganze aus. Ab damit zudecken, stehen lassen. Und nach vier bis sechs Stunden sieht das Ganze so aus. Hat sich richtig toll entwickelt. Und die Brötchen zu formen, ist jetzt auch nochmal richtig einfach. Zeige ich euch. Also, wieder zur Seite stellen. Ein bisschen Mehl braucht ihr auf der Arbeitsfläche. Hierfür habe ich ja meine Mehlstreuer. Das Equipment, was ich benutze und euch auch empfehlen kann, das verlinke ich euch immer unten in der Beschreibung, dort wo ihr auch das Rezept findet. Und falls ihr doch mal eine Frage habt, irgendetwas, was euch unter den Nägeln brennt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde es so schnell wie möglich beantworten. Soll die Frage noch schneller beantwortet werden, also quasi sofort, dann guckt unten mal in der Beschreibung bei dem Mitgliederbereich, die Emma-Bagt-Familie. Da habt ihr die Möglichkeit, sofortige Antworten zu erhalten, wenn ihr hier Mitglied seid. Ist monatlich kündbar, das heißt, ihr geht da auch kein Risiko ein. So, ich forme jetzt hier die Brötchen rund mit ein ganz wenig Mehl, also nicht zu viel. Und das Ende, das lasse ich tatsächlich ein bisschen offener, also das braucht sich gar nicht verschließen. Ich werde das später aber nochmal einschneiden. Und weil das sehr weiche Brötchen sind, fallen die gleich wieder so ein bisschen zusammen, weil 200 Gramm Quark ist tatsächlich schon eine ordentliche Menge für solche Brötchen. Ich bestreue sie noch ein bisschen mit Mehl und schneide sie daher heute mit der Schere ganz tief ein. Ihr könntet das auch mit dem Messer oder mit dem Bäckermesser machen, wird aber ein bisschen schwieriger, weil der Teig unheimlich weich ist. Daher meine Empfehlung, einfach eine saubere Schere nehmen. Und nachdem die Brötchen geruht haben, eine halbe Stunde eingeschnitten worden sind, dürfen sie in den vorgeheizten Backofen. Ich habe hier den Mini-Backofen, der reicht vollkommen aus, ein bisschen mit Wasser besprühen. Und schon habt ihr nach ungefähr 20 bis 30 Minuten richtig köstliche Brötchen. Ich habe da schon mal einige aufgeschnitten und sie an meine Familie verteilen müssen. Und guckt euch das an. Fluffig, saftig, voller Protein dank dem Quark. Also eine tolle, gesunde Alternative. Und wenn ihr sie mit Vollkornmehl backt, ein bisschen mehr Flüssigkeit hinzugeben, damit das dann nicht zu trocken wird. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Hier sind weitere Videos für euch und ich bin bald wieder zurück. Eure Emma